Okay. Wundert mich übrigens gerade... Okay, Vikonia braucht nicht mehr viel. Okay, tot. Zum Glück brauche ich, glaube ich, bald keine Gegengifte mehr. Also jedenfalls hier im Mantelwald. Ach, nö. Das war jetzt nicht so gedacht. Ach, nö. Jetzt habe ich da noch einen angelockt. So, heil erst mal Lehrer. So, Stufenerhöhung. Ein Zauber des vierten Grades. Rettungswürfel um zwei reduziert. ETW um zwei reduziert. Vierter Grad. Also hier kann ich einmal Gift verlangsamen reintun. Und ich glaube, die Flammen kriege ich gleich auch rausnehmen. Und nochmal Gift verlangsam. So. Hm. Eine koordinierte Verteidigung wäre immer gut. Heilige Kraft. Hm. Das könnte man auf Kegengut anwenden. Fernsicht. Geistige Beherrschung. Geringe Genesung. Ne. Handlungsfreiheit. Schützt vor Netz, Schmieren und so weiter. Heilige Kraft. Mantel der Furcht. Schutz vor dem Bösen. Wir sind da alle böse. Schutz vor negativer Energie. Todesschutz. Vergiften. Reichweite viereinhalb Meter. Ja, nehmen wir vergiften. Warum nicht? Ja. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, mein Wildhund und mein Ocranion verschwinden wieder. war. Oh poder. Weißt so. weg finden die minen im wald die minenarbeiten im mantelwald aufzuhalten oder zumindest zeitweise zu unterbinden die minen zu durchsuchen mag eine möglichkeit sein aber ich fürchte dabei wird eine menge blutvergossen werden ich werde mich im hand umdrehen und das stört uns warum genau ich werde mich im hand umdrehen darum kümmern so bevor wir uns so viele begeben schauen wir uns erst mal hier im umland um ich befinde mich in sehr angenehmer gesellschaft das erfahrener jetzt so rätselig geworden ist finde ich interessant nacka da bleibt wo ihr seid und nennt euren namen ich bin und das sind meine treuen gefährden ich brauche euch unsere namen ihr braucht ihr braucht unsere namen nicht zu kennen ich müsste viel mehr zu schätzen wenn ihr uns euren nennen würdet ich bin ankanda vom eisenton und das sind meine männer leider wird diese information nicht aus diesem wald herausdringen greift sie an männer und lass keinen kommen damit sie nicht von seiner anwesenheit hier berichten können ich werde mich im hand umdrehen so die tragen alle gewöhnliche rüstung nichts besonderes wie ihr wünscht also ja recht gute rüstungen aber halt keine magischen wölfe hm Ich weiß nicht, können wir so einmal um die Minen herumlaufen? Ich bin eigentlich fast danach aus, weil das hier sind die Minen, die sind schon eine kleine Festung, was man bei den ganzen Tieren und Viechern hier im Mantelwald auch nachvollziehen kann. Nicht zu sprechen von den Schatten-Druiden. Nicht zu sprechen von den Schatten-Druiden Schatten-Druiden Das war's für heute. Oh, identifizieren. Hm. Ja, näherer, da wir das beide schon haben. Oh, Schutzformel gegen Gift. Und ja, ich hab grad den Zauber benutzt, statt die Schriftrolle. Egal. Wenn wir mal wieder die Schriftrolle brauchen sollten, benutzen wir sie. Eichhörnchen, hi, Eichhörnchen. Und ja, wir sehen uns. So, hier müssen wir außen rum. Jetzt sollten wir mal warten, bis alle wieder aufgeholt haben. Dann fühle dich enttäuscht. Oh, noch der Wache. Ja, wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Mehr Wachen. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ja, wir haben nicht mal Geld dabei. Das heißt, die werden nicht mal wirklich bezahlt. So. Was für Zauber haben wir noch? Nichts Besonderes. Können wir anstatt des Netzes vielleicht mal was anderes nehmen? Hm. So eine Flamme ist nicht schlecht. Ganz ehrlich nehmen wir noch einen Flammenpfeil, liebe Rheinstadtmonster herbeirufen und Magie zerstören bei ihr. Magie Bannkahn, Viconia. Ja, wie ihr wünscht. So, jetzt sollten wir hier in der Nähe der Brücke, aber nicht direkt vor der Brücke, das wird so auffällig, noch mal rasten. So. Wie kann ich, werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Worum geht es diesmal? Ja? Lass sie uns ordentlich verdreschen. Lass sie uns ordentlich verdreschen. Aber natürlich, Schatz. So, dann schicken wir mal Safana unsichtbar rein zum Spionieren. Okay.